Am liebsten, wenn es stimmt mit den Leuten, mit denen ich spiele. Das heisst, dass ich die auf der Bühne irgendwie brauche, also ein Vertrauen zu denen haben muss. Dann macht es mir am meisten Spass, weil dann kann ich irgendwie loslassen. Und ich bin eh ein eher verkopfter Mensch. Das ist anders als Deutsch und es ist irgendwie heimatlicher als Deutsch. Trotz allem, obwohl das Deutsch jetzt auch viel mit mir zu tun hat oder gefüllt ist, ist das irgendwie die Sprache vom Herz. So wie ich jetzt rede, ist es eigentlich so, wie meine Schwester und ich früher geredet haben, wenn wir Deutsche gespielt haben. Papa? Warum muss denn das Fahrrad hier rumstehen? Ich wollte dir nur Tschüss sagen. Entschuldige. Aber ich habe mich erschrocken. Immer musst du weg. Ja, aber später feiern wir deinen Geburtstag. Das hast du letztes Jahr auch schon gesagt. Ja, ich weiß. Aber diesmal komme ich wirklich rechtzeitig. Versprochen? Versprochen. Versprochen. Maasal Presby mit ihm. Da Parks roots. Wir sind mit Gott dem Chefiarity. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020